Oh, schaut das schön aus. Hallo Katja, ist Essen schon fertig? Heute öffnen wir Türchen Nummer 4 und das Essen ist fast fertig. Wir müssen nun mal schön den Tisch decken und dafür nicht. Benutzen wir unser tolles Geschirr für Camping und unterwegs, auch dieses erhältlich bei uns online. Alles fürs Wohnmobil beim Mika Caravan in Winkelspil. Genau und morgen sehen wir uns in der nächsten Türchen. Tschüssi, schönen Abend und Mahlzeit.